es geht weiter in south park city in crystal methhausen okay ich war anscheinend hier direkt richtig wir sind im store irgendwo unterwegs und haben in der letzten folge übelste kampf gehabt richtig großer kampf gegen lakaien von chaos verdammt ja können wir hier machen also ja sie einfach mal tnt das sieht doch erst mal vielversprechend aus nein ich werde damit jetzt mal irgendwas anderes machen müssen nach dem pause vorziehen ach so ja ja okay ich verstehe mit dem pause fortsätze rüber das so ach so ich habe nichts mit dem tnt hätte man hier und nun es kann ich halt nicht weiter ich habe gehabt oder was kann man das nicht auch so machen natürlich nicht kann ich das laden ja okay laden wir das mal schnell ich weiß es natürlich nicht ob das nötig war hier weiter zu kommen aber jetzt kommen wir da nicht durch so also noch mal schnell das ging ja ratzfatz einmal pause ja komm lauf 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 sondern hier rüber und einmal große badaboom und nun komm ich jetzt weiter ja aber es kann nicht sein dass man dann laden muss wenn man es verkackt hat aus versehen naja aber wieder relativ viel kohle ups 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 Gentlemen du bist so und hier ist der trick hier ist der trick ja das ist das ist der trick ach krass korrekt abgrund urrezept wir können jetzt natürlich wir kommen doch jetzt nicht mehr hoch weil da oben ist ja auch noch was naja wie auch immer so wichtig wird es nicht sein ach so hier kann man auch noch irgendwie jemals konnte man das machen oder nee so der zeit kurz pause ja gut dass ich glaube das war es so was geht ab kreik warum sollte chaos einen ganzen lastwagen in alufolie einwickeln weil er eine lange weile hat zerbrecht ihr euch echt den kopf wegen ein bisschen alufolie wer zum henker ist das woher ist sie denn es gehört zu dem neuen verbrecher syndikat wer zum henker ist das ich habe keine ahnung sie ist nicht registriert entschuldigung bist du auf kunstagramm es gibt einen neuen player in der stadt der alle gangsterfamilien vereint ok cool danke tschüss du meinst so eine art oberboss leute haltet bloß die klappe wir spielen nicht mit ihr sieh dir mal lagerhalle 56d an und hier nimm das ruf mich falls nötig ich glaub du wirst über hilfefroh sein ah ich wette mit der können wir diese elektro dinge immer machen als verbündeten cool ich glaube das ist so da oben hat sich wieder einer versteckt nach einkaufen was gibt es denn hier was gibt es denn hier 70 ich weiß nicht ist das zufällig ein episches ich glaube nicht ne ach komm weißt du was krit und gesundheit ja komm wir haben einfach mal gekauft wir haben ja mehr als genug kohle wie kommen wir da hoch der weg ist versperrt und wir haben keinen kompressor saggasse ne superkraft die nur mit nem kompressor funktioniert ist voll schwul das ist echt so das ist echt so ich will diese superkraft auch ziemlich behindert mit dem kompressor ja hier kann man das jetzt weiter ja ja ich bin schon ein hecht auf jeden fall wow dafür für eine wiederbelegung zu naja wer weiß wofür es gut sein wird achso und dann ja ich bin einfach richtig geiler typ wissen die wenigsten ist aber einfach so geil lecker müh hmmm rahmenpackung ja ja jaja ha Okay, General Disaster mit seinen Lakaien. Wollen wir den mal gut gehen? Du bist jetzt ein Sklave des Taos. Mikro-Akkression, schlacki! Mikro-Akkression, ich bin Skla. Was ist denn, wenn wir das so machen? Ähm, hm. Ja, komm. Was hängen wir da halt mittendrin? Ui, noch mehr, nee. Das ist ungeil. Na, wie wär's denn mit einer Runde Chaos, Kalt, Junge? Hast du das gesehen, Meister? Du bist dran, Neuer! Ja, ja. Er ist auch feuerimmun, ne? Er zent. Okay, freezen wir den. Wofür zahle ich euch denn das ganze Geld? Die Schlechtigkeit kommt ohne Anleitung. Äh, von hier irgendwo? Naja. Ja, das ist ja ein bisschen, ein bisschen blöd. Ja, komm, mach, was soll's. Das hat man von zweitärsigen Lakaien. Kleiner Gringo ist muy malo. Ja, aber es ist ja ein gutes Geld, Aiso. Der wäre dann down, aber der ist ja eh eingefroren. Das ist nicht so das Problem. Der hat viel Leben, der ist ein Problem. Oder direkt auf den Drechsel. Ich weiß nicht, ob das... Können wir Karten auch zurückziehen? Ja, aber der hat auch keinen Schaden bekommen. Der bekommt vielleicht bestimmt Schaden. Egal. Den kleinen, rothaarigen ins Gesicht. Jo, was geht denn jetzt noch ab? Los, Mechalakai, vamanos! Leco Miyu, ey. Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Im Namen von Chaos wirst du vernichtet. Ah, fies, das Leben gerettet ist hier. Oh Mann. Das soll jetzt heavy. Heavy, heavy. Ähm. Okay, wir müssen echt ein General desastres klar machen nur. Ja, komm, das war eigentlich ganz gut. Wie viel Leben? Oh, die Zeit. Zeit. Fuck. Nein. Nein. Ich sehe schon, wir dürfen es nochmal machen. Oh, fuck. Mist. Na, die haben gar nicht schon viel Leben da hinten, die Typen. Was ist denn, wenn wir... Brenne ich jetzt? Ja, scheiße, okay. Ja, versuch was wert. Ich wollte mal wissen, ob man da durchgehen kann. Wow, in zehn Jahren bist du rein für dein Spin-off. Mein Werkzeug ist mir reicht. Das macht echt so gut wie gar keinen Schaden. Spätestens, wenn diese Robotypen wieder dran sind, ist halt vorbei. Oh Mann. Oh Mann. Ja, komm. Wir müssen den Kleinen da wegkriegen. Einfach drauf. Wie, du musst dein Dad sein, um dir seine Werkzeuge zu leihen? Und nichtens hab ich nen Dad. Oh, wie fies. Mal ein Schild verteilen. Auf wen? Gab man sehr eigentlich nicht ganz gut. Aber mit dem sollten wir auch nicht unbedingt da rein. Wenn bei dem da hinten nix machen. Auch nicht mal, wenn wir auf die Lava gehen. Na, ach, es ist ätzend. Lava steht da denkbar ungünstig. Ja, komm, auf den Arschloch, dann können wir gleich die Ulti machen, wenn er dran ist. Also nach Halm. Schön nur den. Das wird aber jetzt echt heavy. Vor allem die beiden jetzt. Wow, what? Die Welt wird ein Chaos sein und Lava soll die Erde bedecken. Wieso willst du so in Arsch sein, die Säge? Wieder so ne Kacke, ey. Scheiß auf die Lakallen, mach den General fertig. Ja, ja. Oh ja, das war's für den. Da kann man nix dran ändern. Okay. Wie viel Schaden kriegt der? Ich würde lieber mit dem Arschboy das dann gleich machen. Ja, komm. Gehen wir einmal durch. Dann sind wir da hinten. Oh, grad die Zeit. Scheiß, das hab ich wieder ganz vergessen. Okay. So haben wir, glaube ich, alle drin. Ich hab bis ich gerade großartig gefühlt guckt und wir kriegen wieder Lava aus dem Kopf. Aber das müssen wir riskieren, dafür sind alle eingefroren, glaube ich. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Da müssen wir jetzt nur noch den kleinen Sack da hinten und den Daumen kriegen. Äh, der sollte eingefroren sein. Du hast du nicht, Schweinerei. Dann mal los! Naja, es kommt erst mal wieder Kack Lava. Wenn wir hier hingehen, müssen wir den... Ja, okay. Laserbohrer! Ach, soll ich bohre? Ah! Donde sta mi Turmos? Caramba, genug! Caramba! Die Freeze-Ulti ist einfach echt Gold wert, ne? Das ist unglaublich. Au! So, und jetzt können wir ihn schön umhauen. Geil, Mann. Boah, das war aber hart, echt. Ich glaub, das war's. Na, hoffentlich. Wir sollten... Moment, Super Craig. Oh mein Gott, Super Craig. Super Craig, halt durch! Scheiße, ohne Kompressor krieg ich die Lava nicht weg. Halt durch. Wir finden was, wo wir Toolshed-Sandblaster anschließen können. Wir wissen doch beide, dass ich so gut wie tot bin. Nein, Super Craig. Wir werden dich retten. Mach was, Coolshed. Ohne Kompressor ist mein Sandblaster nutzlos. Dann holt den vom Eingang. Die Tore wird verrammelt. Schon vergessen? Schaut okay, Leute. Wir alle wussten, als wir Kuhn-Freunde wurden, dass es mal so enden kann. Ruhig bleiben, Super Craig. Wir holen dich da raus. Sorry, Kuhn. Aber für mich ist die Sache wohl gelaufen. Nein, Super Craig, nein! Mein Leben zieht an mir vorbei. Wege die ich bereue. Leute, zu denen ich nicht sehr nett war. Holt endlich einen scheiß Kompressor! Ja, du bist sehr witzig. Hier kann man nicht hoch, weil der davor steht. Sieht so aus, ja. Ja, ich... Achso, Untersuchungsmosia. Stimmt, aber auch. Aber was geht denn hier? Achso, Lava-Marki. Achso. Aha. Oh. Wenn ich mich genug konzentriere, kommt hier drin vielleicht ein Lüftchen auf. Ach, krass. Ach, was. Jetzt furzeln wir dem... Nein, im Ernst. Was machst du da? Im Ernst. Fuck. Ist dir klar, was für eine Furzkraft man dafür bräuchte? Ah, wie krank. Wie krank. Wie krank. Ja, fett, können wir das machen. Okay, jetzt haben wir vielleicht nicht die Verbündete da für diese Elektro-Sachen, aber auf jeden Fall für Lava. Aha. Hat er verdient. Blöde Sack, ey. Oh, nein. General Disaster, bist du da? General Disaster? Sie sind alle verbrannt, oder? Scheiße. Ja, Mann. Die ist weggefistet. Hahaha. Okay, Wunderarsch. Wir müssen auf den Wasserturm, um ein bisschen Furz-Kur-Action zu machen. Alles klar. Desordnungs-Fanatiker, hier ist Chaos-Zone. Und stell den da mal ruhig, der ist super nervig. Oh, oh, das sieht nicht richtig aus. Oh, nee. War ja so klar. Oh, nein. Okay. Hast du deine Arschkräfte benutzen, um das wieder zu... Das müssen wir auch mal rückgängig machen. Nein, jetzt hab ich... Doch, ja. Ach, stimmt. Das könnte ich auch mal machen, statt dann neu zu laden, ne? Ähm, dann brauchen wir ja super... Super... Hier, Toolshed. Ja, ja. Ah, wie im... Ja, im New Storage immer. Stimmt. Jetzt müssen wir wieder so hart abfurzen. Das ist so krank. Das ist wirklich... Richtig kaputt, ey. Nice, ja. So, ne? Müssen wir da hoch. Müssen wir nicht hoch. Können wir jetzt nicht da drauf, oder? Oh, scheiße! Hahaha. Okay. Wenn wir das jetzt... Hier kaputt machen, dann müssen wir doch da hochkommen. Ja, sehr gut. So, machen wir hier mal Furz-Action. Von hier oben kann man krissen. Oh, yeah. Ja, das ist krank. Jo, schön, Gegengift hier. Schön, schön, wunderbar. Können wir hier? Nee, nee, okay. Runter. Runter. Ach, ich sage dir hier. Na, süß. Äh, voll heftig, dass wir es immer Lager machen können. Und das nur mit einem schlauren Arsch. Und ein bisschen Gas. Ja, kann man so sagen. Okay, dann mal weiter, Vollarsch. Vollarsch, jung. Erstmal. Ui, okay. Ist hier irgendwo ein Schalter? Nee, wir können nur einmal mit der Pause rüber und dann wieder zurück. Ich glaube, mehr geht hier auch gar nicht. Na, die Faktion. Ja, okay. Ja, man hat hier mehr einzusammeln, als so richtig zu tun. Halt die Backen mit deiner Lava. So, hier ist wieder Fight. Ja, man muss. Ja, mit dem Feuer ist bei denen gar nicht bei so geilen und kamen, ne? Weil die alle voll in den Mund sind. Zumindest Verbrennen. Sollen wir das machen? Ach, komm. Oh, und da schaut alles raus. Yolo! Yolo! Du bist jetzt Chaos, bitch! Chaos, bitch oder Chaos, bitch? Das ist nicht eindeutig erkennbar. Ich hab'n gutes Gefühl bei der Sache. So, was machen wir? Der wär' dann down. 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 Ja, komm. Ja, machen wir sie platt! Die Stunde des Chaos steht bevor. Ouch! Wirft ihr mit CDs, ey. Und los! So, wir können nicht so heilen. Sehe ich das richtig? Ja. Oh, der Schrauber! Naja. Okay. Ja, also treffen wir, wenn ich nicht muss zwei kommen. Also, Schrauben zählen ist gar nicht mal so be... Por que estamos golpeando los niños blancos? Ne, 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 ne. Bus? Einmal aussetzen, bitte. Okay, und jetzt? Ha! Hups! Autsch! Was mit der Lave? Boah! Die ist selber gegen Feuer. Der einfach ein fieses Winzeln. Der Toolshade, ah ja, der hat auch schon Schaden. Okay, dann machen wir das so. Das hab' ich gebraucht! Ersau das nicht, Blödsack! Ja, ja. Ist er auch... Er ist auch immun. Der war gerade, ne? Der ist als letztes. Hm. Ich glaub, der ist als nächstes, ja. Dann frieren wir den mal ein. Chaos wird siegen! Ja, komm. Ah, Ulti ist auch bereit. Gucken wir, ob wir jetzt die von Kuhn nehmen. Die kriegen schon gut Schaden, dann machen wir das. Ich denke, das Spiel ist für Kinder. Hahaha. Wir sind wie die Heuschrecken! Du bist sowas von Toten! Ui, Karten ist leicht down. Jetzt wird der Nagel wechseln! Aber wir können jetzt richtig fett heilen. Oh, wir müssen eins weiter zurück. Oh! Wir müssen eins weiter zurück. Oh! Nein! Anheimer vielleicht nicht. Das ist auch blöd. Ja, komm. Machen wir das so. Boah! Boah! Boah, der haut doch mal rein! Dafür werde ich abgeschoben! Witzig ist gerade drauf! Oh! Oh! So ne Scheiße! Zu viel sangre! Chaos-Zeit! So viel Blut hab ich? Gleich wird's hier verbrannt! So. als nächstes ist er da hinten mit seinem schicken zylinder die frage ist nur womit es ist der da oben mit dem schiff ja komm ja der doppel aus morgen kriegt so ist das schiff nicht kriegen wir den daumen hier dann ist zugleich wahrscheinlich hinüber dafür ist der könnten auch der ist ja wir könnten auch jetzt hätten hier reißen ich meine der tue steht ist wahrscheinlich passt das schon so auf jeden fall safe ja ja das kann man nur nein ich bin es nicht zu spaß er kommt vor da ist aber die ulti machen haben einfach dazu sollten die bösen ihr leben überdenken ja das ist erst mal das sagt so looten war erst mal hier so ist ja immer noch hier drin schon die zweite folge sind immer noch hier drin was ist schon die zweite folge hier in dem naja das muss aber erst mal für die folge reichen sonst wird es nämlich einfach mal wieder zu lang ja aber ich bin gespannt was hier jetzt noch kommt da muss ja eigentlich am ende ein dicker bosskampf kommen wenn das jetzt schon hier so viele kämpfe hat naja das gegen den ähm äh äh general disaster so ich sag glaube ich ne gegen den war auch schon hart gegen den war auch schon gar nicht so einfach naja dann machen wir hier in der nächsten folge weiter vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal machts gut und haut rein bis zum nächsten mal